Einige shurimanische Nomaden haben auf den Rücken der Dormun gepanzerten Giganten, die das Land durch Streifen ganze Städte errichtet. Sowohl auch Aziah. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu... Wow, ich sehe jetzt erst die Beschwörerrahmen meines Teams. Das wird lustig. Herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Vor allem, wer ist denn der Spielmodus eigentlich? Ich glaube, die Legende des Poro Königs oder so. Poro König? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zu Poro König. Wir spielen Cho'Gath. Warum spielen wir Cho'Gath? Weil Cho'Gath... Ja, man merkt, ich habe meinen Spaß gerade. Weil Cho'Gath witzig ist in Poro König. Du kannst den Poro König fressen und der zählt als riesiges Minimum. Also sowas wie ein Baron. Zumindest hat es beim letzten Mal so erzählt. Ich weiß nicht, wie es diesmal ist. So. Irgendwie bin ich gerade wach und mir geht es irgendwie gerade richtig gut. Hups, Alter. Genau richtig. Ja, ne. Der Klassiker. Ich will heilen. Ach nee, ich wollte doch hier so einen Feenarmulett mitnehmen. Wie ist das? Nee. Regulation oder so. Regulation bed. Also wie ist das geduns. Amulett der Verjüngung? Perle der Verjüngung. Ja, Bett, Perle. Hätte man wissen können. Nachdem man Abi in Englisch hat. Ja, ähm... Cho'Gath in Poro König ist ultra-witzig. Ich finde es. Ja, ich wollte halt einen Poro König Gameplay aufzeichnen. Und hier habe ich's. Boah, kann ich bitte mal die Viecher killen? Hier sind es ein paar von denen. Ich heile mich darüber. Ach geil, wir haben einen Swain. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Au. Kleiner Tipp. Vega ist auch ultra-witzig. Ich bin eigentlich vorhin gespielt. Hatte fast, nicht ganz, 1400 AP. Boah, ne? Das hat dann ordentlich Bum gemacht. Also der Garen hat auch fast instant sein Leben verloren. Also Garen Full Tank. Hat so ziemlich alles weggeböllert. Ja, und dann bleibt er halt in meinem Event Horizon. Und dann brischt er halt mein Weh und mein Q und meine Ult und stirbt. So, äh, ich gehe jetzt also auf Warmox Rüstung. Warum? Weil ich die Heilung wahlfühle. Also ich meine, ich werde Leben bekommen. Ich werde viel Leben bekommen. Und es kann sein, dass ich einfach, äh, sozusagen, außerhalb des Shops auch, äh, die benötigte Menge an Leben komme, um eben Warmox Rüstung nutzen zu können. Deswegen ist das mein erstes Item. An sich ziemlich nutzlos als erstes Item. Das ist mir bewusst. So, aber eben, ich kriege sehr viel Leben dazu. Und, deswegen will ich das auch nutzen können, sobald er nutzt ist. Boah. Wir haben die Cécile des Todes, ne? Nein, das habe ich nicht gepresst, ich habe tatsächlich Auto-Effekt. Ich habe nämlich mal mit meinen verstärkten Auto-Effekt gespielt. Ach, Brand, du bist so ein Wichser, ey. Jungen, wenn ich... Da ist wieder was los hier. Ach so, 1 AP. Ja, 1 AP, genau, dass ich meine Blinkzeit. Äh, ich habe diesmal Ultimates Hatch mit drin. Die letzten paar Mal, als ich Cho'Gath im Poro-König gespielt habe, hatte ich, ähm... Schade, Fiddle-Stick wollte ich eigentlich gerade fressen. Ich habe das mit mir erwischt. Aber gut, wenigstens ist es gestorben. Aber trotzdem, sauergerlich. Ihr seht, warum ich Cho'Gath spiele. Also, beim letzten Mal gab es ja noch nicht die Gälde in Ruhe. Aber... Da muss ich beim letzten Mal was aufnehmen. Ja, Free Aim. Rühe. Äh, Gragas. Das war eine Suissechnische, ne? Ja, ich habe dich noch getätet. So. Die haben... Magisch, 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 magisch und Tech. Gut. Dann wissen wir ja, worauf wir bauen, ne? Ausgezeichnet. Fällig, schmutz, so rektiert. Eine Geburt, schmutz. Nur die Rechte, die... Zwei Stack haben wir. Einen dritten wollen wir. Du wirst nicht allein. So, da haben wir Stack Nummer 3. Aber was mich etwas verwirrt ist, ähm... dass der Poro-König die Fixen kann. Das war vorher so, wenn man dann auf... das, äh... das Queen geschossen hat, hat der Poro-König die Fixen abprobiert. Ich konnte nicht angreifen. Wow. Zum Beispiel, das haben wir programmiert, ne? Katos, bleib einfach stehen und Ulte. Ist das nachher nicht so schwer gewesen? Wow, Leute. Danke. Oh, Mann. Oh, Mann. Wow. Richtig gut, Junge. Oh, ey, Leute. Warum lasst ihr euch töten? Oh, Katos hat gerade seine Ult verkackt, übrigens. Premium-Type, ey. Also für Poro-König muss noch einiges getatcht werden, wie meine Meisterschaft. schön dass es euch jetzt interessiert nachdem ich gestorben so da man sich wieder mal auf 102 mr den vollen coolern auf meiner old den 50 sekunden ap durch flinkheit ist doch alles ganz nett ich weiß nicht dass die kleine schwester von scheiße das ist mir durchaus bewusst das war mir auch bewusst bevor ich das gesagt habe so und damit haben wir einfach mal ein patzen leben dazu bekommen 600 leben einfach so und 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 Oh, die Damos in Boston. So, 4 von 6 Minion Stacks. Ja, ich habe versucht, das irgendwie nicht zu rein. Haben wir jetzt bereits? Zwei können wir also noch bekommen. Nope. Nicht an mir. Wie viel machen wir? Ja, knapp 700. Ist doch eine Hausnummer. Also 700 absoluter Schaden. Das ist nicht wenig. Also ich kenne Banes, die haben weniger Schaden. Wir gehen halt voll auf. Durch 3,6% zusätzliches Leben haben wir einfach mal 130 zusätzliches Leben. Wie viel zum Angemerkt haben. Ich habe alle möglichen, wundersamen Dinge. So, 1223 True Damage an Minions. Und halt trotzdem noch genug Damage an Swamp. Ich halte mich mal. Ich halte mich mal. Oh, fuck, ich werde hier Tower-Focus. Nein. Der hat eher Passive ab. Oh. Scheiße. Witzig, du kannst das Ding kaufen, aber es bringt nichts. Davon ein Screenshot mal an den Riot Support. Und wir düsen, 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 düsen in Sause-Schrift. Ah, scheiße, ich wollte ihn lachen. So, heute habe ich auch leider keinen Tee dabei. Wer war witzig? Ja, Swain, hier, Swain war gut, Swain wird geordnet. Das ist ein A, 1927 ist ein A, vor allem ein Steps. So, jetzt geht es in eine Rangliste. Aber nicht in dieser Aufnahme, sondern, ich weiß nicht, Rangliste. Hm. Nee, Rangliste wird jetzt nicht aufgenommen. Na ja, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020